Nun nochmals die Besonderheiten eines privaten Kanals im Überblick. Wer kann private Kanäle erstellen? Nur der Teambesitzer und Mitglieder, wenn dies der Teambesitzer in den Einstellungen erlaubt hat. Gäste können grundsätzlich keine privaten Kanäle erstellen. Bei Gästen handelt es sich um Personen außerhalb der Organisation. Wer kann Mitglieder zu einem privaten Kanal hinzufügen? Das kann nur die Person, die diesen privaten Kanal erstellt hat. Die Mitglieder dieses Kanals müssen eine Schnittmenge des Teams sein. Teambesitzer, also die Besitzer des ganzen Teams, sehen die privaten Kanäle zwar nicht in ihrer Navigationsleiste, aber wenn sie über die Einstellungen in die Kanalverwaltung gehen, sehen sie zumindest, dass es diese privaten Kanäle gibt. Sie können dies löschen und wenn sie nicht Mitglied dieses privaten Kanals sind, nicht einsehen oder öffnen. Mitglieder des Teams, die nicht diesem privaten Kanal angehören, sehen nicht einmal, dass es diesen Kanal gibt. Personen, die allerdings in diesen privaten Kanal integriert wurden, sehen diesen mit einem Schlosszeichen dahinter. Ob private Kanäle erstellt werden dürfen, kann zum einen Ihr Office 365-Administrator auf Organisationsebene einstellen und dann noch der Besitzer dieses Teams in den Einstellungen. Pro Team können maximal 30 private Kanäle erstellt werden und ein privater Kanal kann maximal 250 Mitglieder haben. Die Dateien, die Sie in einem privaten Kanal teilen, werden auf einer separaten Website gespeichert. Alle Dateien aus allen Standardkanälen liegen auf einer gemeinsamen Website. Und dann gibt es noch einige Einschränkungen bei den Apps. Sie können in privaten Kanälen weder Forms, noch Stream, noch Planner, noch die Kanalmoderation oder einen Teamkalender nutzen. Und dann gibt es noch einen Teil des Teams, noch wie die Linien, Informationen auf der Linkenburger Fläche, unsereithaunterschiede, die wir sehen. Bis zum nächsten Mal, in der Daumen, in der Daumen, in der Daumen, wurde die Taschrift daraus weitergelegt. Und dann kann man die trips. Also noch ein paar Minuten, wenn man das führt, was Sie in der Daumen, mitz daumen, auch mitziseiten. Also sehen wir, wenn Sie in der Daumen, mitzulei und zu den Kanal. Ihr natürlich ein paar Minuten, wenn Sie in der Daumen, sind Ihnen verstanden. Aber es geht um die Einstellung, wir eine Möglichkeit haben.